Jetzt biegen wir wieder nach links ab, pass auf. Warum wird das so langsam? Kurve. Das sieht mir aber nicht wie ein Sägewerk aus von... Das ist über die Brücke. Okay. Ich muss erst mal über die Brücke drauf. Okay, okay. So, jetzt treffen wir Schicke auf Papernod und Segenkumpels. Oh, bitte weh! Dann musst du die Kamera rausholen mit dem Nachtlichtgerät. Boi! Äh... Ich bin echt erstaunt, dass dieses Schienenfahrzeug nicht von der Schiene hüpft hier irgendwie. Die ist ja nur okay. Dass die überhaupt noch frei ist, ist ja Wunder. Ja. Sau, man. Okay. Achso, jetzt fahren wir ja hier durch. Stimmt, ja genau. Wo wir ja nicht durch wollten. Also konnten. Zu Fuß. Oh Gott, Flashback. Wenn die nicht weg ist, das ist ja auch nicht so. Du siehst du hier jetzt? Du musst hier jetzt aber nicht... ... irgendwie... ... abwehren, oder? Also... Ne, ich glaube ich... Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... ... weil... ... die reagieren ja nicht auf dem... ... auf das Licht. Nein, 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 nein. Bleib nicht stehen. Come on, come on, come on, los rüber da. Oh oh, Christachen sei... Anschlag. Schön. Total, schau, kann ich das irgendwie verhindern? Nee, glaube nicht. Nee, das gibt es. Ich glaube, das ist gewohnt. Und irgendwann werden wir entgleisen. Darunter fallen. So, das fährt nicht so schön. Okay, wir haben es geschafft, oder? Ja, da geht es aber auch nicht so viel Vertrauen dran. Oh nein, oh nein. Oh nein, komm, 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 Drücke, halt durch, halt durch, halt durch. Oh, bitte nicht. Oh nein. Ach, come on. Bleib schub, Junge. Nimm deinen Hohn, spring da jetzt rüber, los. Schau mal nach hinten, gibts die Brücke noch? Nope. Das Stück ist eingebrochen. Okay, aber wir können weiterfahren. Zwar ein bisschen zitternd, aber... Ja, ein bisschen, oh nein. Okay, wir können nicht mehr weiterfahren. So, wir haben ja empfangen. Ich würde mal sagen, ich telefoniere mal kurz mit Frauchen. Sprachnachricht. Oh, voller Empfang diesmal hier. Ja, ja. Also diesmal ist gut. Leidung ist leider besetzt. Mit wem telefoniert die? Mit wem telefoniert die? Tja. No gut. Mal aus. Na dann. Schade, dass ich ihn zurücklassen muss. Oh, jetzt kriegst du den Anruf. Jetzt? Ah, ja? Alice, hey. You okay? You sound out of breath. Aber sie ruft zurück. Mutti. Okay, I know I'm not making any sense right now. But that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see these things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. Calm down, Alice. Talk to me. Nee, ich bin bei mein Rädchen gekommen gerade. Ja, Steve, frag doch mal Jess, ob sie uns abholen kann. Ja. Gute Idee. Bitte, bitte, bitte. Sag mal, ist es? Mal jetzt blödgesprochen. Ist es für uns eine Therapie? Das jetzt hier so durchzuerleben, um mit Sachen abschließen zu können? Also. Okay, interessant. Interessant. Ja. Ja. Aber dann... würde ich das ganze Thema Blairwitsch irgendwie dadurch ein bisschen entwurzeln... Ja, stimmt. Irgendwie das wär so ein bisschen ein Kneter... Ja, ja, ja. Aber... So grundsätzlich. Irgendwie würde ich jetzt... ...würst du dahin sprechen eigentlich. Was ist los Digi? Ja, der hat auch den Baumstumpf gesehen, der da einfach runtergerollt ist. Oh ne, hier, die Flaschewelle. Die ist doch voll! So, ok. Pflup! Warte, ein Frosch? Oh, walk! Sollen wir jetzt über, nee, muss jetzt nicht über die Baumstelle rücken, ne? The place we were looking for. Ok. Was suchen wir denn hier? Ja, Aktion räumen den Wald auf, genau. Und wo wird der Baum? Erstmal wieder den Generator anmachen. So, gib'n Generator! Smooth Generator! Was ist los? Hast du auch grad? Weiß ich nicht. Oh, wir haben wieder empfangen. Weiterhin wieder, I don't know. Oh, hier ist... Können wir den Code verwenden für den... Genau, für den Bunker? Guck da mal rein! Also, 2, 1, 1, 3. Na dann. Probier mal. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Find out. Ja, wär auch zu schön gewesen. Wär auch zu schön gewesen, aber... Aber, aber wir sind... Wir kommen... Also, wir kommen leider nicht wirklich... Also... Na? Meine Fresse. Sag's mit Boden. Wir kommen anscheinend wirklich nicht wieder zum Bunker zurück. Also, das heißt, wir haben wirklich den blöden Bunker verpasst. Ja, ich... Wie gesagt, ich tippte drauf, dass da diese kleine Holzknüppelchen drin, ne? Was Teil 3, was wir verpasst haben. Ey! Das würd ich gar nicht machen. Kleine lustige Anekdote. Ich trug sie zu, dass ich zu einer Jugendrüste war mit dem Jugendclub damals. Und äh äh... Tierischer Regen. Raphael. Und äh... Alle komplett... Klamotten nass. Also hat der Bauer, wo wir übernachten durften, irgendwie seinen Ofen angeschmissen. Und ich hab mir meine Jeanshose davor gehangen. Bin am nächsten Morgen aufgewacht. Das halbe... Hosenbein war weggebrannt. Von der Jeans. Sah lustig aus, als ich genau was hier fanden mit dem Ding. So. Aber der Rest war trocken. War super. Er war irgendwie, äh... Nachts in er sich bewegt, da rangekommen, Hose an den Ofen ran, buff. Ende Melende. Ne. Doch. Das macht man ja auch nicht. Oh. Hier gibt's wieder ein gutes Tape. Den Tape. So. Take a look at the Tape. Okay. Er flieht. Können wir vielleicht sehen. Okay. Aber schön nicht wegen der Tür, wa? Dass wir die... Dass die Tür aufgeht. Dass wir da reingucken. Ja. Ja. Ey diese Lache auch von denen ey... Wird etwas sagen. Oh, nein... Nope. Mal auf. Probier mal, weil der Hund fällt ja grad schon. Riecht man nicht, wenn die Jeans brennt? Naja, man muss sich vorstellen, irgendwie, du penst an diesem Ofen, wo einfach, die Jeans hat ja nicht gebrannt, die, also Jeans brennt ja nicht, die, 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 die schmuckt so vor sich hin, so, die glimmt so weg, irgendwie, und das machen wir nicht gebrochen. Oh nein, oben sind wieder die, ihr wisst, wer da oben ist. Die legen wieder in den Typen um. Wie ist er denn nochmal? Plopp! Zieht's euch rein. Outlast. Locked. Was ist denn hier? Locked. Die Tür halb offen. Locked. Okay, dann musst du vielleicht doch nochmal... Jetzt kannst du nicht durchgehen. Ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich komm nicht los. Scheiße. Wie gesagt, vielleicht musst du ja wirklich nochmal das Video angucken und äh... Ja. Damit die Tür halb offen ist. Ähm... Alter, was war da denn grade für ne 360 Grad Drehung? Ja. So, dachte ich eigentlich, wirst du? Ja, mach doch mal so. Dann geh jetzt einfach raus. Nein! Mann! Aber warum? Ey, das ist... Und jetzt geht auch noch in die falsche Tür rein, das ist auch gut. Ne, ist das nicht hier hinten gewesen? Nein. Hier? Doch. Nein. Ne. Wo war es denn? Hier? Ja drinnen. Ja. Echt, war mir jetzt nicht ersichtlich. Okay. Ach so, das ist... Ach so, die verschlossene Tür. Genau. Ja, ne, hier ist nichts. Ich geh wieder. So, was haben wir denn da? Ne Schublade. Ach, Schubladen, ist das schön. Drei, drei, zwei... Ach so, vielleicht ist der der Code, ja genau. Dann brauch ich mir auch nicht aufschreiben. Das kann ich mir sogar... Ausnahmsweise mal merken. Mach mal auf hier mit dir. Ne, da stört der Stuhl, der davor steht. Krieg sie nicht auf. Speicher mal. An der Schreibmaschine. So, ich habe etwas gesehen. Keine Hexe oder ein Monster, sondern einen Mann. Einen Mann, der die Haut eines anderen Menschen trug. Er hat mich gesehen und jetzt kommt er. Kava. Okay. Hude... Ja... Okay. Who the fuck is Kava? Einfach die Haut eines anderen Menschen da. Man, ich will das haben. Nein, das gibt's, kriegst du jetzt nicht. Na gut. Dann fährst du noch eine andere Schublade. Ah, ein Forder. So. Also könnte ich wie. Hm. Schön. Blobber-Team. Wunderbar. Barbara. Ah. Ist da schön die Entwickler, oder was? Aber das könnte natürlich sein, ne? Stimmt. Ich bin auch... Ich bin auch der Meinung, dass das die Collectibles sind. Irgendwie. Also, wir zusammen sonst 1000 Fotos da sammeln. So, Benni. Hast du dir gemerkt? Nö. Ja, echt nicht. Drei, drei. Zwei. Irgendwatt. Die letzten Zahl hab ich mir wirklich nicht gemerkt. Ah, schön. Was? Hast du das überhaupt eingesteckt? Na. Ja. Wunderbar dann ja. Aber, äh... Nee. Erkennungsmarke, Notiz, das Psychiater, das müssen wir hier. Wie in deinem Plakat des vermissten Jungen das nicht. Gut, Memo. Hm, genau. Drei, drei, zwei, vier. Habe ich schon erzählt? Ich weiß gar nicht, wer du willst. Habe ich doch, oder? Dann brauchst du mich eigentlich so angucken, ihr Freund. Also, drei, drei, vier, zwei. Ist das nicht drei, drei, zwei, vier? Ja. Mit Absicht gerade anders gesagt. Siehste, lieber Chat, und das ist, das ist denn meine Hilfe, ja? Das ist denn meine emotionale Unterstützung und Hilfe in solchen schlimmen Stresssituationen. So ein Typ, der noch hinterher tritt. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Oh, schön. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal hier. Was wird... Oh. Können wir rutschen? Nein. Oh. Oh. Hä? Hä? Ist die Toilette, ich geh wieder raus. Der Mann hat ganz schlimme Verdauungsprobleme. Ah, der hat schon die Konkarne gegessen, der Gute. Kein zweimal... Oh Gott. Oh Gott, Kumpel, Alter. Oh Gott. Hey, hey, du bist schlecht verbringert. Oh. 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 Oh Gott, der bloß noch frische Blut ist neu. Oh. Oh. Wart mal so... So was macht man nicht. So. Schön. Was ist denn jetzt, Alter? Das ist eine Segel, eine sehr große. Blaue Tape. Der Mord. Okay, die Kugel hat er weggesteckt. Klar, ist kugelsicher. Ja, super. Oh, nee. Oh, okay. Heißt jetzt, wir können jetzt, was? Können wir das überhaupt ausmachen? Ich glaube, was sind wir da hinten noch? Hast du da noch so ein Ventil da in der Ecke? Hinten links? Nee, links, links. Ja? Nee, okay. Entschuldigung. Warte, ein Ventil. Will ich den Gasbudel? So, müssen wir jetzt hier... Genau. Warum ist es jetzt auf einmal angegangen? Okay, hier können wir auch nicht raus. Ah, okay. Jetzt ist das Wasserrad an. Was hat uns jetzt gebracht? Dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwie Strom haben oder irgendwas. Also, vorher war auch schon Strom. Okay, das Bullet. Oh! Nimm deine Pfoten von meinem Hund! Was? Er kann nicht. Es ist du. Du hast du Lanning. Du hast du sie gesehen? Was? Wenn du sie in ihre Augen gesehen gesehen hast, du hast du sie gesehen? Wo ist Peter? Was hast du mit ihm getan? Es ist noch nicht Zeit. Er ist noch nicht. Er ist noch nicht. Stopp' mit mir oder... Oder was? Du hast du mich. Du hast du mich immer nur als die Lösung ist, nicht wahr? Du bist zu schmerz. Du bist zu schmerz. Du bist du schmerz. Was auf den ist jetzt schon mehrmals geschossen worden, da steht immer noch. Schmutz, ja man mit schmutzigen Bergen, geht so schön mit Twin Peaksies. Jetzt wachen wir wieder woanders auf oder? Ach okay, wir werden noch verschleppt, gut. Ey, habt ihr jetzt keine Outlast-Flashbacks gerade? Doch, leider. Die waren uns eingebuddelt. Wir haben uns ins Grafisch geschmissen. Was machst du hier, Private? Es war ich, Sir. Was war das? Elijah Five. Ich war der Poyman, Sir. Was würdest du sagen, Soldier? Ich lasse die Männer in den Rücken, Sir. Ah, das ist ein Grund, warum die alle mit dem Rückzug stehen? Ich habe negen gebeten, sechs mitten, sechs grüven, negen gebeten, negen gebeten, negen gebeten, negen gebeten. Ihr sollte sich in der Karte gebeten. Ich kann nicht bleiben, nicht nach dem. Es war nicht deine Schuld, Ellis. Sie starkare. Ich war ein Schiffff, wie du immer. Ich war eine Schiff auf jeden Fall. Sie verkaufen es, ich glaube, auf meine Thäcke zu halten. Verschlein es zu im Hintergrund. Das war ein Schiff. Es schwingt und weiter. Und weiter und weiter. Und weiter, um am Ende zu Ende zu Ende stammen, um dieyarderaten, die Hörger kommen... Weak. Pathetisch. Nee, oder? Oh, das wär jetzt aber richtig brainfuck. Alter! Jedes Mal! Haben wir vielleicht Jazz was angetan? Der schreibt auch gerade, das Messer sieht nicht sauber aus, bitte vorher desinfizieren. Er hat mich hier raus und einfach... ...durch ging... Aber warum sind wir denn jetzt schon wieder hier? Also, ja, er hat uns zurückgezogen, aber... Was? Oh Gott, das... Nee, da liegt das Funkgerät auf dem Stein. Ich sagte, komm... Hey, da, schlosser Kopf. Und was willst du? Er sucht das Campsite. Etwas ist für dich erwartet. Oh, äh... Super nett von ihm, also. Toll. Also, das ist ein Dude. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Patient zum monatlichen Therapietermin zur Bekämpfung von Angstneuroseempfang. Scheint stabil zu sein. Erneut kein Gespräch über den Wald oder seinen Freund. Dissoziative Amnesie verschlimmert sich möglicherweise. Ich muss zugeben, dass ich mich um diesen Patienten zunehmend sorge. Alle scheinen die Sache hinter sich gelassen zu haben, aber er spricht nach wie vor nicht über den Wald. Was fast unheimlich ist. Er interessiert sich für's Wandern und die Jagd. Man bot ihn ein Stipendium in einem anderen Bundesstaat an, aber er will den Staat nicht verlassen. Irgendetwas hält ihn hier fest. Okay. Wir können aber auch diese Zeichnung hier nicht irgendwie nehmen. Soll das ein Riesel sein? Also... Hä? Es ist alles rot. Oh krass. Oh krass. Was? Es hat sich Jahre lang gedauert, dass es so schlecht ist. Okay. Wir haben anscheinend noch einen Sprung weiter nach vorne gemacht. Was ist das? Was ist das? Das ist die Kamera. Haben wir die auch wieder... Also hat die uns auch abgenommen? Ey, unsere Hände werden auch immer dreckiger. Siehst du das? Ja, ja, ja. Angefangen hat das mit einem kleinen Katze. What? Was ist denn jetzt passiert? Ich kann kurz dein... Deine Tasten, dass sie sehen. Der Handel. Geil, dass du jetzt was siehst. Ich habe einen Black Screen. Oh, echt? Der Stream sieht ja noch was. Der Stream sieht... Oh, jetzt sehe ich wieder was. Okay. Der Stream sieht noch was. Ich konnte gerade nur über OBS gerade gucken. Und hier ist was ich möchte, dass du dir machen willst. Geh zum Baum. Du kennst welchen. Du kennst welchen. Geh ein paar von diesen weißen Branchen. Ein einfaches, oder? Oh, lass uns den Geld machen. Mach was ich sage. Ich lege dich direkt zu meinem kleinen Korn in den Wundern. So wir können von Mensch zu Mensch reden. Fuckin' Bastard. Wait, was zur Hölle ist das? Oh, nein. Oh, nein. Siehst du das nicht auf der Kamera? Okay. Mach die Kamera weg. Cool. Ja, hast du jetzt irgendwas jetzt hier gesehen? Ja, siehst du nicht da dieses weiße Zeug da? Naja, das ist... Ich sag mal... Willkommen beim Hotel Tester. Oh Gott! Nein! Und nicht sowas. Ja, aber das kann jetzt auch nicht erkennen. Was soll das sein? Eine Flamme? Ein Ast? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er noch irgendwie weiter... Weiter im... Beim Lagerfeiern oder was? Aber da sind auch so ein paar helle Points. Was? Achso. Patrick. Okay. Interessant, okay. Was soll sein? Oh. Ja, vielleicht ist das so... Für uns die Richtung? Wo wir langen sollen? Wo wir machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Oh, gut. Na ja. Letztendlich. Ja. Wo ist denn das Bullet? Da da. Das scheint also der Raum zu sein, da vorne. Würde ich mal sagen. Ich hab mich jetzt gerade so verrannt. Ne wieso? Muss ja jetzt eigentlich nur nach rechts. Rechts? Ja da und jetzt geradeaus unter dem Baum. So lang. Ich hab jetzt das erste noch nicht gefunden. Wieso? Wieso? Du bist doch am Schild schon vorbei. Ja. Die Frage ist, ob ich es vorher noch finden muss. Nö. Wenn ich jetzt hier hoch laufe, hat er gesagt, du bist nah dran. Zu nah. Ja, weil er dann gespawnt ist quasi. Du musst dann einfach nur eventuell weiterlaufen und nicht stehen bleiben. Der ist ja nämlich... Ich würde jetzt einfach weiterlaufen. Ich würde jetzt einfach weiterlaufen. Also straight ahead jetzt durch und... Gib ihm. Bis auf der Kamera wieder was rotes leuchtet. Fuck! Das ist aber unfair. Du gehst einfach weiter. Das heißt... Er will erstmal, dass wir ihn vertrinden. Okay. Okay. Stopp! Don't move an inch! Turn left, Ellis! Oh! Turn down, Huston! Now walk forward! Okay, du spürst! Turn right, Ellis! What are you waiting for? Go! What are you waiting for? Move! Slightly to the left! Do you forget what you're saying? Almost there! Okay. Go on, Ellis! You're doing good, Ellis! To the right, Ellis! Turn left, Ellis! Go on, Ellis! What's the problem, Ellis? Just go! Do you wanna mess with me, Ellis? You there, Psycho? Don't you remember what's the state here? The kid? Why don't you remind him? No! 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 Hear that, Ellis! I'll fix the camera for you, Ellis! You sit down! Hey! I want to talk! So you're just gonna ignore me now! What the hell is wrong with this forest? What if it's not the forest, Ellis? Maybe it's all in your head? It's not, but hey! Whatever makes you feel better! I don't know! Oh, he's just so schön gelatert! Okay. Yeah, vielleicht kommt er ja gleich weiter, wenn wir jetzt da irgendwie weitergehen. Also wie er sagt, gehen wir da links oder so? I don't know. Ooooooh! Ooooooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh man! So, okay, ich glaube, wir sind jetzt gleich da! Hoffentlich! Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Jetzt so wieder so kurz vorm, vorm, vorm Ende so, buf, tot! Oh Gott! Da ist er! Da ist er! Der Baum des Lebens! Die alte Weißeiche! Oh, die hole ich mir! Ein paar Zweige! Aber das wird auch nicht gut sein! Wir haben das nicht gemacht. Einen. Hey, Psycho! Was ist das denn? Das Ding bliebt! Was? Was für ein Pfad! Okay, dieser Pfad! Ich denke so. Vorwärts! Hier, Junge! Das ist ja auch gar nicht creepy. Einfach irgendeiner Stimme da sagen. Okay, wir folgen jetzt diesem wunderschönen Part. Ja, das Schlimme ist ja halt irgendwie. Wie ist das, was das für ein Kaputnik ist, Alter? Ja. Also die Frage ist, wo führt der uns jetzt hin? Irgendwie, jetzt haben wir... Jetzt schickt uns zu einem Baum, brech mal ein paar Stöcke ab und komm mal her. Mhm. Und jetzt macht er von uns ein Polaroid und dann basteln wir uns da so ein... Ei, 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 ei! Hinter diesem Baum war gerade eine Figur, die einfach weggegangen ist. Ja? Ja, das ist zum Glück nicht mehr gesehen. Schön, dass ich's nicht gesehen habe. Sehr gut. Hier! Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Hat sich irgendwie auf jeden Fall einschmerzt? Oh Gott, ich weiß nicht. Wenn dein Geist wieder auf dich spielt. Nein. Jetzt stopp, fuhren. Und folgst auf den Weg. Oh Gott! 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 Ich hoffe wir haben... Oh Gott! Ich muss ein Steck sehen! Ok! 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 Ist es hoffentlich ein save, also ein guter save kommt. Ah ja... Knotschon! Schlagnoli jetzt halt wirklich nur nach Radar hier unten irgendwie. Der fuck Schandau wirklich ist? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Schön mitkommen, Junge. Und ich hab keine Sput-Toffi. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Komm mit, Junge. Oh, alles wird gut. Oh, ich bin so krass angespannt gerade. Es wird alles gut. Wir folgen dem Pfad. Ich spiel nicht und meine Hände sind so geschweiß... Also, ich schwitze wie Sauna da an den Pfoten. So geschweißt. Geschweißt an sich. Was? Die Spuren nicht hier. Schön, ne? Das ist doch toll. Das ist doch toll. Wunderbar. Ähm, ja, dann folgen wir dem Feuer. Ja? Wie weiter kommen wir nicht, oder? Es ist so dußer. Es ist so scheiß dußer. Sag mal, kann ich... Die Kamera eigentlich nicht... Die kann ich doch auf... ...auf... ...Ding stellen. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob der Modus jetzt mittlerweile... Nein, der könnte auf der Zeit so laufen können. Okay. Achso. 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 Byn, Cottage. Ich harte immer noch. Achso. Okay. Aber mach nicht so schnell! Ja, mach ja schon.. Richtig! Oh, komm Junge. Bring uns hier raus. Oh nein. Oh, man. Oh, okay. Alter. Du fährst mein Hund nicht an. Wir haben es auch nicht fast geschafft. Wir haben noch nicht mal angefangen. Was jetzt? Was? Das Symbol. Ich will, dass du einen machen möchtest. Du hast die Zwiebel. Du hast die Haut. Alles, was left ist, benutzt sie. So schnell. Oh, gut. Du gehst auf den Weg. F*** in diesem Fall. Ist das kein guter Plan? Ich sag wie es ist. Seid ich sicher? Nicht ganz. Es ist noch eine Sache. Diese ist einfach. Du hast es vorher gemacht. Aber erst. Lass die Mutt schniffen. Das Symbol. Er wird dich direkt, wo du gehst. Jetzt. Der einzige Cent, der er bekommt, ist mein eigenes. F***. 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 Wenn du jetzt mal wieder auf die Kamera umschwenken, Russie. Taschenlappe. Hä, ja. Entschuldigung. Taschenlappe. Ich bin schon komplett durch! F***. Ich bin jetzt noch mal auf das Handy zurückgehen. Okay. Und ein bisschen Snake spielen. Auto. Kommen wir jetzt langsam raus aus dem Wald? Glaube nicht. Denke nicht. Such wohl, Leute. Wo geht's weiter? Nein. Du weißt, was du hier hast, um zu finden. Ach, come on. Nö. Nein, ich möchte meinen Bullet nicht darin schicken. Oh, Gott. Das erinnert mich von der Stimme her an Madison bei dem Fahrstuhl. Ach, genau. Ach, genau. Wer nicht weiß, was ihr meint ist. Palopp! Der Pulle kommt nicht wieder, oder? Hundi? Oh, 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 oh. Aber er kommt wieder, okay. Wo ist er hin? Komm, beruhig ihn. Ich muss nichts machen. Ich muss etwas machen. Es ist okay, Freunde. Es ist okay. Entschuldigung, ich muss das machen. Oh, Mann, nee. Das ist nicht so faszin. Tell mich, Alice. Wie fühlt es sich, um jemanden zu töten, die deine Freundin zu töten? Ich weiß nicht mehr, ich oder dir selbst, für dich so körperlich zu sein. Was? 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 Krieche? Krieche? Kann ich kriechen? Kann man hocken? Stand up. Ey, echt jetzt? Und gehen. Fängt er jetzt hier an, so Simon Cess zu machen hier, oder was? Wahrscheinlich, ja. Macht später. Ich weiß, Alice. Du machst, was du sagst, und alles ist einfach. Es ist schuldig. Es ist schuldig. Und einige Dinge, einfach nur zu viel, um zu verbrechen. Wir sind wie fähig. Wir sind wie fähig, wir kämpfen. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Also, deine einzige Lösung war, einfach zu verbrechen? Ich verbrechen, was ich früher war. Okay. Also, ich muss wirklich nochmal sagen, der Wald ist echt krass gemacht. Und wie am Anfang ist der, wirkte er wirklich nicht besonders wängstig. Jetzt finde ich den wirklich creepy as fuck, ey. Äh, also, da wissen wir, Digga. Los, komm. Zeig mir, wo du hin willst. Zeig mir lieber, wo der Aus... Ausgang ist. Was? Oh nein. Oh nein. Nein. Okay. Ich dachte da schon, Kinderfinger oder so. Ich auch. Oh. Was? Fuck you. Oh, fuck you. No. Oh, it'll be quick. Think about it. I could have left you a knife. No, I will not kill Bullet. But this? This is where you draw the line, a fucking dog. I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Oh, you brought this on yourself, on the boy. Stop hiding behind a child, you coward! Ah! Goddammit! What the? No. That's... That's impossible. Bullet, no! Oh, God. No. That's... That's impossible. no! Oh, Oh, God. God, where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Over there? Oh no! Spring jetzt hier runter. Boah, das kann gar nicht mehr. Wir müssen länger gehen, buddy. Alle auf dem Block. Ich bin nicht schuldig. Ein guter Mann. Es ist okay, sister. Es wird okay. Ein anderer Loop. Das... Das ist alles glücklich. Wir müssen vergessen. Nicht Stefanie. Äh, Hubert. Ihr kann den Hund jetzt hier nicht... Kann den Hund jetzt hier nicht liegen lassen? Machen wir auch nicht. Easy, boy. Easy. I'm here. I'm with you. Das darfst du auch nicht vergessen. Wir dürfen ja den Hund ja auch gar nicht hier alleine lassen. Weil ansonsten drehen wir ja völlig durch. Ne? Also der Hund gehört zu uns. Immer. Nö. Und jetzt schon. Nö. 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 Ach, pass auf, ich weiß, was wahrscheinlich, was, was, was die To-Do ist. Das wird aber keiner von uns machen. Oh, Jojo hat auch krass, okay. Jojo schreibt gerade, nee, ich glaube, es wird immer schlimmer, weil der Hund gerade stirbt. Jojo schreibt uns mit. Bewegt sich kaum noch vorwärts jetzt. Hm, meine Vermutung ist, dass wir den da rechts verpacken sollen, auf den Stein. Oh noo. Alice. Wo ist der Hund? Warum ist mein Hund? Ach du. Ach du. Hast du gehört, was er getan hat? Ich wundere, ob er die Frau zerstört und zerstört. Ich höre doch da meinen Hund. Ja, hier sind wir so blöde Foto von den Entwicklern, ihr Penner. Geh nicht zu nah, wir wissen nicht was er tun wird. Kannst du in der Bombe stehen bleiben oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass wir irgendwie... Es ist er. Aber wir laufen jetzt auch nur im Kreis. Ja, also du kommst ja hier nirgends wo raus. Auf einmal haben wir Signal? Okay. Sch-Sheriff? Gott, verdammt, Ellis. Ich habe versucht euch zu erreichen. Ich wollte nur sagen, dass wir die Suche. Das ist nichts persönlicher. Aber hey, du hast ihn da, um zu sterben. Es ist nur fair, dass du auch allein sterben. Goodbye, Ellis. Was? 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 Oh, so wunderbar. Hm. Okay. Was ist die Frage? Alter, sieht auch das aus. Müssen wir jetzt hier durch diesen... Kannst du damit nicht mehr interagieren. Okay. Mit dem Hund nehme ich den jetzt wirklich übel. Das ist... Ich will ja nicht mehr reden. Okay, wir kriegen hier andauernd Nachrichten. Toll, das ist toll. Was steht da drauf? Alter. Schau nach oben. Okay, wir sollen nach oben schauen. Was? Oh, ich kann es nicht mehr nehmen. Mach es nicht mehr! Mein Alas. Arbeit, verdammt! Na froh, na super! Oh Gott! Tja, das funktioniert ja richtig gut. Okay, das funktioniert einigermaßen. Geht doch. Ach, okay. Sag mal, das Ding konnte man nur auf so'n Nachtsichtmodus einschalten. Versteht? Ja, aber ich glaube, das können wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, das ist das... Der kaputte Nachtsichtmodus quasi. Oh, da war was. Oh, da war was. Was erwartet uns da? Was erwartet uns da? Was soll das sein? Was sehen wir da? Was ist das? Ich... Ein Kritzel auf dem Stein wahrscheinlich oder sowas. Ja, bestimmt. Ein Haus? Ist das ein Haus? Oh Gott, ich sehe gar nichts. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Eingang. Höhle oder so. Ja... Ja... Die Taschenlappe kannst ja dazu da verhersen. Na dann... Geh da rein! Ich drücke mal die C-Taste. Was ist mit seinem Hund? Du denkst, er hat etwas zu ihm gemacht? Warte, wie? Was? Ich bin hier. Ich warte mich nicht. So, so, wenn wir so uns... Nö. Kommt mich, Alice. Lass mich in Ruhe! Was? Oh Gott, der Schatten. Wir wurden die ganze Zeit beobachtet. Du bist ein guter Mann. Ja, du bist. Das ist richtig! Warte! Warte! Oh Gott, Warte! Warte! Aber... Das ist zu viel. Warte! So, ich hab jetzt... Was war im Video? Ich hab nichts gesehen. Ich hatte einen Warte! Äh, wir wurden... Wir wurden verfolgt. Die ganze Zeit. Seit wir... in den Wald reingegangen sind. Okay. Oh, was habe ich getan? Oh, shit. Okay. Telefon! Jess? Ich hab gesagt... Jess? Es wird nicht Jess zu sein? Naja, wenn sich jetzt... Sag mal, dieses Spiel... auch nur ansatzweise an... 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 Lavage Project oder so orientiert, dann ist das ja natürlich halt... Oh, okay. Oh, okay. Woody schreibt gerade, sie hat ein Standbild. Woody, ach so. Okay. Don't leave me! Just kill me already! Pitiful. What the? So you're still struggling, huh? What? What did you... What did you do with the kid? The kid? That's what you're worried about. Stupid little man. I could just slit your throat and wear your skin. And then why don't you? Haha, you'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. Believe, Linda. All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you're ready. Come. It's time. Jess. I'm so sorry. For everything. If only I could... If only... If only I hadn't married you. If only I'd listen... Jess, please. I... I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man for once. huh? I'm sorry. The 층. The 층. The 층. Vielen Dank.